Hey, was geht's jetzt los, oder was? Perfekto! Ich bin so nervös, es wird's hoffentlich klappen. Fuck! Du bist so dein Bauchnabel, circa. Arme? Wenn ich die so mache, sind die drauf? Dann sind die drauf und da sind noch 10-15 cm da drunter. Okay, gut. Und Musik, bitte! Ich bin ein... Mama, verzeih mich! Ich bin ein... Ich bin ein Gangster. Musik, bitte! Ihr seid gerade super glücklich! Aber nicht in love! Glücklich, aber nicht in love! Musik, bitte Licht! Musik, bitte! Du bist erst dann Profi, wenn du dich selbst auch Profi nennst. Musik, bitte! Kamera läuft! Musik, bitte! Ich liebe dich, Christoph! Ich bin ganz ehrlich, Girl. Weil mich nämlich etwas stört. Ich will nicht mehr nur dein Kumpel sein. Und will auch nix von Liebe. Nein, 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 nein. Um die Jahre. No feelings, yeah. Bitte glaub mir, dass es gut funktioniert, yeah. Believe me, ey. Okay. Ich bin nur mit meinem Arm jetzt hier so los. Nee, nee, also du hast die eigentlich gut gehört. Wenn du die andere einfach seine Brust entlang gehst. Ja, Mann, das ist cute. Ihr müsst ein bisschen glücklicher aussehen. Okay, wir reden von Let's Break! Wir reden von Let's Break! Aber ja, okay. Okay, dann lass uns das doch machen. Ihr bewegt euch ja auch beim Reden. Also ihr gestikuliert ja auch. So wie das zum Beispiel, dass du dich gerade von den einen Arm so gedreht hast. Kannst du ihn mal so spaßhalber wegschubsen so ein bisschen? Wieso dann? Mit welcher Hand denn? Ja, schwierig mit der Hand. Ja, so spielerisch halt. So spielerisch, weißt du? So hahaha, oh you're so funny. Stop it! Ja, okay. Hör auf einmal diese Hemmungen! Ich will mich nur so auf mich achten. Ja, du darfst es nicht so Meme-Will sagen. Ich mach das immer so aus dem Meme heraus. Ja, check ich, check ich. Da muss ich dir noch was erzählen. Oh mein Gott. Als wären wir hier bei Playboy oder so. Oh, okay. So ungefähr. Wir filmen schon. Ja wirklich, es ist ja voll unangenehm. Oh mein Gott. Okay. Okay, Action! Ich sage das nicht. Ja, aber du hast es nicht. Action! Okay. Okay. Schrie, Licht ein bisschen weg, Licht ein bisschen weg. Licht ein bisschen weg, Licht ein bisschen weg. Halt, halt, halt. Weiter, 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 weiter. Okay. Okay. Ungefähr bis hier. Kannst du drauf kommen. Ja. Ja. So, ja. Und, ähm. Genau, du gehst einfach auf sie zu. Und Action! Ja. Du bist der Einzige, der was sagt. Boah! Hä? Manchmal frage ich mich, was habe ich denn hier gedacht? Was ist das geschrieben worden? Ja, das ist ja gemein ich ja, das kommt das so. Hm. Action! Action, ja. Die Fahne einfach jetzt hier so ein bisschen rum. Traurig, dass die Püppchen Action machen. Was für Püppchen. Ach so, die beiden. Ja, Juli, wir sind deine Puppen. Wir machen ein paar Kamera-Bewegungen. Ja, sorry, ich habe gerade gedacht, die machen doch irgendwas. Ja, die haben ja keine Instructions bekommen. Ach so. Kleiner Arouse. Ja, das ist das, was man im Koch hast, wenn man das da sitzt. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ich habe so oft, weil es Rollenspiele schon. Ja, 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 ja. Oh, för du auf. Ja, das hat mir die immer gegeben. Ja, das hat mir die immer gegeben. Ja, das ist eine nice Szene. Ja, okay. Ja, okay. Also, wir liegen jetzt hier so und dann... Jetzt küsst euch einfach mal. Mein Gott. Sehr gut. Ja, das war ja voll. Ja. Ja. Mach mal Jokes. Lachen. War gar nicht toll. Weil wir immer noch lachen und so. Ja, ja. Immer noch. Ja, total. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, okay. Dann macht das jetzt einfach mal. Wir drehen jetzt einfach nochmal. Ich bin einer so richtig 50-jähriger, der sich ganz übrigens vorstellt. Ja, das ist ja auch schön. Das Ding ist, im, äh, im EP-Context macht es ja sogar Sinn, dass das romantisch ist, weil die eine Person sich ja verliebt. Ja, stimmt. Okay. Okay. Let's go. Einwurf. Der verbale Einwurf. Ach, Comedian. Okay. Und let's go. Let's go. Wir drehen. Wann denn? Jetzt? Ich weiß nicht mal. Wann kommt der Einwurf? Da ist der Einwurf gewesen. Okay. Cut. Mal zitteln die Musik an. Dieses Lachen. Sorry.